Schlüssel, Schlüssel fehlt noch. So, Speedmähen in der Mittagspause. Ich habe immer eine Dreiviertelstunde Mittagspause und da kann man mal schnell rüber mähen. Das Gras wächst nochmal jetzt im Herbst, wie verrückt. Heute ist es richtig warm, 27 Grad. Ich habe den ganzen Morgen gewässert und ich habe am Freitag zum letzten Mal gemäht und jetzt haben wir Montag Mittag und jetzt machen wir das Grün. Das Grum mache ich immer vorher und dann mähe ich das Grün und dann mähe ich hier, wobei ich komme, hier die hohe Fläche. Also das ist mega schon wieder der Rasen, mega. Jaaa! Jaaa! Musik Nicht schlecht, ne? Für die kleine Fläche. Ah, back to the roots. Schön mal einfach mähen. Ich mähe jetzt auf 8 mm mein Grün. Ich würde gerne ein bisschen tiefer runtergehen. Tatsächlich mal die 5, die Grenze vom Swordman ausprobieren. Das Groomen ist erstaunlich harmlos. Man sieht nur so ganz leichte Riffelung, aber keine wirkliche Schädigung. Ich mache das jetzt noch ein bisschen weiter. Bin mal gespannt, wie dicht hier diese Fläche jetzt wird. Jetzt, wo der Dünger richtig durchschlägt, sollte sie so mal richtig dicht werden jetzt im Herbst. Echt cool. So Freaks, das normale Gras, hier die normale Höhe, mähen wir nach wie vor auf 16 mm. Jetzt fahren wir hier einmal noch mal rum und dann geht's auf den Abschlag. Bis zum nächsten Mal. So Freaks, das waren jetzt die ersten beiden Flächen. Und der Abschlag sieht immer noch nicht so gut aus. Der ist immer noch ein bisschen vertrocknet, immer noch vertrocknestellen. Wahnsinn, ich habe auch nicht mehr so viel gewässert. So, jetzt kommt hier die große Fläche. Ja. 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 Das ist richtig hoch. Ich könnte es noch mal messen. Aber ich schätze mal, das sind so, naja, 25, das sind 16 und der Swartman, der zieht hier so klasse durch, das ist echt unglaublich. Wie der beim ersten Mal schon die meisten Halme wegschneidet. coole Nummer. Ja. Die meisten Halme zwischen 20 und 25 und ein paar sind auch schon bei 30. Und das sind ziemlich genau 16. Ja, er lässt da noch ein paar stehen, aber es ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Boah, ist das herrlich. Grandios. Ja, lieber Handpix, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das auch cool findet. Ich finde es echt herrlich. Die Entspannung in der Mittagspause. Einmal ein bisschen Bewegung, ein bisschen mähen, laufen. Der Geruch von gemähtem Rasen. Gigantisch. Oh, das Gras mal ein bisschen höher stehen lassen. Ich habe ein bisschen zu oft gemäht. Ich lasse das Gras jetzt ein bisschen mehr rauswachsen. Oh, man. Ja, dann habe ich richtig viel Schnitt gut, aber ich habe das Gefühl, damit der Schnitt mit dem Swartman auch richtig gut. Gut gewässert, coole Nummer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020